Hallo, ich habe hier mit meinem FL-Studio einen neuen Track editiert. Ich hoffe, er kommt so halbwegs gut rüber. Ich habe jetzt keinen bestimmten Namen für dieses Projekt, aber ich habe ihn einfach mal Sigma Sachse genannt, weil das Original-Voice kommt von Jürgen Hart, ist noch etwas verzogen und etwas düsterig macht die Stimme. Ich hoffe, es kommt so weit rüber. D绥nen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020